Es wird Zeit, eine neue Verbotsliste ist draußen. Was ist jetzt ein Meter und was kann man jetzt überhaupt spielen? Das gucken wir uns jetzt an. Ja, zunächst einmal ein kleines Entschuldigung. Hier war es ein bisschen ruhig auf dem Kanal. Es gab ein paar private Gründe. Jetzt jedoch geht es wieder voll los. Und es kommen wieder Videos ohne Ende. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf neuen Content. Und wir holen jetzt erstmal den Content nach, den wir hier bisher verpasst haben. Und zwar die Verbotsliste. Ja, wir haben eine neue Verbotsliste. Wer es noch nicht mitbekommen hat, schämt euch. Denn sie ist schon ein bisschen länger draußen. Und ja, wir gehen einfach mal eben kurz darauf ein. Gehen dann darauf ein, welche Decks noch existieren. Und vor allem, welche Decks gestärkt oder geschwächt worden sind. Und was eventuell jetzt das beste Deck gerade ist. Ja, wir fangen an hier mit der Verbotsliste. Und sehen halt verbotenes Jetsinkon, Block Dragon und Olaien. Ja, muss natürlich so sagen. Jeder hat gedacht, Konami wird jetzt nichts groß hitten. Eher nur was erlauben wieder. Ja, um einfach eben, wenn man Karten gekauft hat, diese quasi nicht bestraft. Dass man Karten gekauft hat, weil sie jetzt eventuell nichts mehr wert sind. Bestes Beispiel ist hier natürlich Ademancipator, Blockdrache. Ja, ist natürlich schwierig. Denn, ja, man hat sich Ademancipator gekauft. Doch jetzt kann man es nicht mehr spielen. Beziehungsweise man kann es spielen, aber eben ohne Blockdrache. Das heißt, das Deck, warum ich es gespielt habe, ist nicht mehr so, wie es mal war, vorhanden. Und dementsprechend hat Konami hier natürlich immer bestraft, dass man eben dieses Deck gekauft hat. Ist eine interessante Strategie. Jedoch muss man natürlich sagen, ja, es war auch ein bisschen unfair. Naja, okay. Kommen wir weiter zu Jetsynchron. Jetsynchron, One-Karten-Kombo. Ganz ehrlich, Leute. One-Karten-Kombo brauchen wir nicht. Und ja, Jetsynchron ist nicht das Problem, sondern Needle-Fiber und dann vielleicht noch Aroradon. Aber, ja, Jetsynchron selber war die One-Kart-Kombo. Und, ja, One-Kart-Kombo ist ja generell unfair. Wenn man jetzt sagt, man will Needle-Fiber noch weiter drin haben. Gleiches Argument eigentlich wie bei Blockdrache. Und zwar, man will halt die Leute nicht bestrafen, dass sie die Karten gekauft haben. Dann hittet man dementsprechend natürlich nicht Needle-Fiber, sondern eben Jetsynchron. Kann man auf jeden Fall machen. Man kann auch einfach theoretisch Needle-Fiber hitten. Aber, naja, war zu erwarten, oder? Und O-Lion dann dazu, ja, geben wir... Ja, also, mal ehrlich, wäre nur Jetsynchron gebannt, dann wären die Aroradon-Plays genauso wie früher. Nur, dass du halt irgendwie Needle-Fiber kommen musst. Jetzt geht das immer noch. Du kannst immer noch eine Aroradon-Kombo machen. Aber eben nicht mehr mit diesen zwei Tunern, sondern meist dann mit solchen verbreitenden Zombies oder mit Büro-Botter. Ähm, ja, ich meine, okay. War eigentlich nicht klar, dass es jetzt nicht ganz weggeht. Man hat ja auch erwartet, dass gar nichts gehtet wird. Von daher muss man es positiv sehen. Es wurde was gehtet. Ähm, eine One-Card-Kombo. Blockdrache für das Ultra-Plus, was einfach lächerlich ist. Ähm, und O-Lion, um die Aroradon-Plays komplizierter zu machen, beziehungsweise mehr Bricks in das Deck zu geben, wenn du es spielst. Gehen wir zu Limited. Ähm, ja, Doppel-Iris-Medition. Ja, okay. Pendel-Iris-Medition. Pendel-Iris-Medition. Nee, macht nichts mehr. Dann, äh, ja, das Phantom-Link. Äh, warte ich. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Absolut broken, dass diese Karte auf Eins gegangen ist. War aber auch halbwegs zu erwarten. Ist so ein bisschen wie bei Sechster Sinn gewesen. Die Karte kommt. Die Karte wird wieder gehen. Aber diese Karte wird, und das Spoiler hier jetzt schon voraus, ist, äh, ja, das ist einfach die Karte, die das Meta jetzt mit am meisten bestimmen wird. Diese Karte wird das Meta verändern und diese Karte wird das Meta bestimmen. Denn welches Deck diese Karte am besten abusen kann, ist höchstwahrscheinlich das beste Deck zur Zeit. Naja, aber, ähm, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir sagen, welche Decks halt gut sind. Hapiens Federwisch, Leute, drei, drei Lightning Storms, ja, komm, go for it. Hätte schon längst auf Eins gekannt. Von Grab gerufen, ja, äh, Crossout kommt höchstwahrscheinlich raus, deswegen von Grab gerufen auf Eins. Man will nicht sechs Call by the Grave haben. Ja, Crossout ist ein bisschen anders, aber man will nicht Crossout und Call by the Grave im selben Deck wie im OCG. Kann man nachvollziehen. Ich vermute, dass im Maximum, also in diesem Maximum Gold, glaube ich, heißt das Set, dass dort dann Crossout rauskommt. Kann man machen. Ist vielleicht ein strategischer. Zug zum einen, um halt das neue Produkt besser zu verkaufen, zum anderen aber auch, um halt eben, ja, nicht so viele Antikarten gegen Handtraps zu haben. Dann kommen wir zu guter Letzt, äh, nicht zu guter Letzt, erstmal zu den halblimitierten. Ja, Sia, Grave, ABC, Dragon Buster und Totally Awesome. Was soll ich dazu sagen? Sia, Grave, BA hat nicht mehr so viel gemacht gerade. Klar, es kann sehr viel spammen, aber ist immer noch meist sehr Nibiru-anfällig. Und allgemein, ähm, Beatrice ist auf 1. Beatrice, äh, klar, wenn jetzt Burning Abyss first turned, Triple Beatrice legen würde, ja gut, dann würde ich auch nochmal überlegen, ob vielleicht BA nicht doch vielleicht Tier 1 ist. Aber, ja, die können nur eine Beatrice legen, das ist die beste Karte. Und letzten Endes, ja, was kann dann da liegen halt? Ähm, nicht so viel, aber natürlich ein sehr starkes OTK-Deck auch. Und, äh, ist Brick zu gut, finde ich. Also, das Deck ist auf jeden Fall sehr interessant. Und man muss gucken, ob das Deck jetzt sich etablieren wird oder eben nicht. Ja, ABC-Dragonbruster, totally awesome. Hätten nie runtergekonnt, äh, so von mir aus jetzt auch auf 2, nächstes Mal auf 3, go for it. Dann haben wir frei Tourguide. Ja, auch hier wieder ein kleiner Support für Burning Abyss, aber auch allgemein für Unterwelterdeck. Unchained zum Beispiel könnte eventuell hier auch Interesse haben, aber ist ganz nett. Ähm, ja, der Zerstörer auf 3. Ah, nee, Rater bekommen, war zu erwarten. Dann, Panthesen der Monarchen. Monarch selber macht nicht so viel. Lock, also Domain Lock oder Skill Drain Lock, wenn man das so nennen kann. Ähm, ja. Es gibt schon bessere Locks inzwischen, deutlich bessere Locks. Und, äh, ja, um Monarch erupt hat man auch in Trojaco gespielt. Und ja, Trojaco ist gerade auch von der Bildfläche verschwunden. Ja, also, nee, es ist alles zu langsam. Und die Felder sind auch viel zu krass, ähm, dass man jetzt hier sagen kann, oh, Monarch voll heftig. Vielleicht ist der First Turn nicht schlecht, aber der Going Second Turn ist einfach katastrophal. Was willst du machen? Panthesen, Effekt, was sollst du dir denn? Und dann, ja, Norm ist aber Monarch, ja, negated. Das war's dann. Wow. Also, ist halt echt nicht mehr so krass. Ähm, ja. Dann der Anker. Anker, Sky Striker, macht schon was. Hat auch diverse Events mal getoppt in der Vergangenheit. Drei Anker macht das sehr konstanter. Aber die Problemkarte ist engaged. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Von daher ist das vollkommen okay. Und zu guter Lett der Kraken. Und da frage ich mich, was ist da los? Denn es gab schon diverse Ritual-Support-Karten. Diverse. Und die Kombo, weswegen diese Karte überhaupt verboten wurde, existiert immer noch. Dachte man sich, naja, Handloops sind egal. Man muss natürlich sagen, es ist ein Handloop. Und ja, er klaut dir fünf Handkarten. Und ja, man kann eventuell mit passenden Handtraps entgegenwirken. Aber was macht dieses Deck Going Second? Und ja, ich weiß, es gibt schon Varianten, die dann so auf Needle-Fiber-Combo-ETT setzen. Aber ich sage immer noch, Going Second hat das Deck ein großes Problem. Und ja, Going First klaut sich die ganze Hand. Eine Karte hast du noch. Aber, und dann ist natürlich der Gegner noch volles Feld, ne. Also muss man natürlich bedenken. So wahrscheinlich sogar noch Negate nebenbei. Aber, wie gesagt, der Going Second turnt ziemlich schlecht. Und, ähm, es, ich sage mal so, ne. Es ist traurig. Aber, wenn wir dieses Deck nicht oben sehen werden, bedeutet das einfach, dass der Meter so stark ist, dass Handloops egal sind. Aber ich denke mal trotzdem, dass der ein oder andere diesen Handloop spielen wird, um zu trollen, um, ja, vielleicht zu versuchen, es zu gewinnen. Kann man versuchen. Aber, wie gesagt, meine Vorhersage ist hier auch, das Deck ist zu inkonstant, zu bricky, zu anfällig. Ja, ich glaube nicht, dass das ist. Das Problem ist auch, wenn du den Handloop schaffst, aber nicht komplett. Also, sagen wir mal, du klaust, du hast drei Handkarten. Kann es eventuell sein, dass du halt trotzdem platt gemacht wirst. Also, du musst wirklich einen erfolgreichen Fünf-Hand-Karten-Loop schaffen, damit es auch wirklich sicher ist, dass der Win für dich da ist. Und dann musst du noch hoffen, dass die, äh, dass, dass er halt da nicht irgendwie, äh, ja, den Ultra-Top-Deck hat. Obwohl, ja, bei Fünf-Hand-Karten sind wir schon eigentlich da. Das ist schon dauernd. Oh ja, Going Second. Ja, wir drehen uns einen Kreis. Going Second kann das Deck halt eben nicht so viel. So, jetzt kommen wir zu den Decks, ähm, die halt auf jeden Fall geschwächt worden sind oder gestärkt worden sind. Wir fangen an natürlich mit Ademancipator. Ademancipator hat hier den Block-Drachen verloren. Man darf aber immer noch nicht vergessen, dass Ademancipator immer noch die gleichen Boards legen kann. Ademancipator legt immer noch, äh, Savage Dragon, vielleicht noch einen Herold daneben. Dann noch, äh, wie heißt, dann noch eventuell jetzt sogar wieder mit Nibiru-Search. Aber was vor allen Dingen drin ist, ist wieder der Buster-Lock. Das heißt, mit Union-Carrier. Dann noch eine Apelosa dazu. Das sind Felder, die halt realistisch sind. Und, ähm, das Deck hat immer noch einen sehr krassen First-Turn. Und auch Going Second kann es immer noch sehr gut spielen. Einziges Problem ist, der Fallout-Play ist natürlich sehr zerstört. Ja, plus sechs, einfach mal for free gehen und einen Extender mehr kriegen immer. Ja, gut, ich sag mal so, das fehlt dem Deck jetzt natürlich. Durch den Sprechen fehlt auch ein bisschen die Konstanz. Aber das Deck ist immer noch nicht schlecht. Und wer sagt, pff, Ademancipator kann gar nichts mehr. Ja, der hat, glaube ich, das Deck noch nicht so ganz verstanden. Denn das Deck ist immer noch da. Aber im Vergleich zu den Decks, die ja auf jeden Fall das Top-Tier gerade sind, hat es vielleicht ein bisschen das Nachsehen. Aber ist nett. Ist ein Deck, was man auf jeden Fall spielen kann. Aber eben halt nicht mehr. Absolute Brogan, einfach wegen Blockdache. Ja, Jet-Synchron und Alliant, da brauche ich nichts sagen. Alle Needle-Fiber-Kombos sind halt geschwächt. Ich sag extra geschwächt. Denn es gibt immer noch diverse Needle-Fiber-Kombos. Und ja, welche Decks hat er davon profitiert? Ältlich und allgemein alle Decks eigentlich. Wie gesagt, die Combo ist nicht tot. Das heißt, die Decks sind von Power-Leveln ein bisschen zurückgegangen. Und das war's. Also ja, okay. Dann kommen wir hier zu Pendelung. Pendelung bleibt Rook. Macht halt nichts. Es ist vielleicht jetzt mal ein interessanter Ansatz. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich ausprobieren. Aber ja, es bleibt Rook. Ja. Äh, ja. Zu unserem Phantom-Link kommen wir gleich. Dann kommen wir zu Pferdchen. Federwisch Main. Wahrscheinlich nicht so oft zu finden sein. Side-Deck. Auf jeden Fall eine Karte, die jetzt sehr oft vertreten sein wird. Denken die ganzen Backrow-Decks wie Altergeist oder Guru oder ähnliches. Oder natürlich auch andere. Ja, einfach Backrow-Decks, die halt nerven können. Vielleicht ältliche eventuell, wenn es eine Kontrollvariante wieder gibt. Sehr gute Side-Deck-Karte. Von Grab gerufen. Brauchen wir nicht reden. Betrifft kein Deck. Dann haben wir BA. BA, auch hier meine Prognose. Es bleibt ein Rook-Deck. Rook-Decks haben trotzdem das Potenzial natürlich zu toppen. Wir reden natürlich jetzt hier von Online-Events. Weil echte Events wird es nicht geben. Dementsprechend, ja, BA hat eine Chance mal zu toppen. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah ey, wenn du ein Turnier gewinnen willst, spiel BA. Auf jeden Fall. Ja, totally awesome. Ja, selbst ein Doppel-Awesome. First-Turn-Leaks. Das ist halt nicht mehr krass heutzutage. Da gibt es halt krassere Felder. Und dann halt die auf drei, ähm, haben wir eben schon gesagt, brauchen nicht groß drauf eingehen. Aber jetzt gehen wir zu unseren wunderschönen, ähm, ja, Phantom-Night zurück. Und sagen, was ist denn jetzt Top-Tier? Was ist denn deine Prognose zu dem Ganzen? Und, ähm, ja, welche Decks haben jetzt hier quasi die Nase vorn? Und da muss ich einfach ganz einfach sagen, ähm, ja, welches Deck wurde hier gar nicht gehittet? Also so, gar nicht. Ja, und diese drei Decks sind auch Meta. Es ist Dino, wo Dino bei, aus meiner Sicht eher so Platz 3 belegt. Dann Platz 2, Ältlich. Ältlich. Wir haben Nummern noch. Wir haben Utopia Sextel noch. Das heißt, wir haben, äh, Ältlich, äh, Nummern können wir spielen. Wir können Ältlich mit Needlefiber noch spielen. Ja, ein bisschen anders, wie gesagt. Aber man kann es immer noch spielen. Man kann, ähm, ja, einfach Ältlich Control spielen. Ältlich. Gutes Deck. Aber, was aus meiner Sicht zur Seite wahrscheinlich das Top-Tier-Deck sein wird, ist Dragon Link. Dragon Link, ein ultra-konstantes Deck und ultra-gut. Und es kann das Phantom Link am meisten abusen. Ja, komm, drei Darks. Beziehungsweise zwei Darks. Äh, das ist, äh, ziemlich, ziemlich leicht. Und, ähm, macht einfach den Turn hundertmal besser. Hundertmal besser. Und, ja, natürlich ist auch das Phantom Knight ein guter Support für Orcus. Aber Orcus wird hiermit höchstens auf Tier 2 katapultiert. Aber, ähm, Dragon Link wird, kann es halt abusen. Wir müssen nicht unbedingt nur Dragon Link ansehen. Wir können auch einfach Chaos angucken. Also, Chaos Engine. Die aber wiederum auf Dragon Link zum Teil basiert. Wie gesagt, nur zum Teil. Dragon Link kann man natürlich noch schön dann halt eben mit den Rocket-Karten spielen. Um dann halt eventuell noch weiter zu extenden. Oder ein noch besseres Boardhand zu legen. Muss einfach sagen hier, Dragon Link ist einfach das Gewinner-Deck der Liste. Ebenfalls ein Deck, was, ähm, immer noch oben mitmischt ist, äh, Infernoble Knight. Ja, die flammenden Noble Knights sind aber eher ein unteres Tier-Deck. Also, unteres Tier 1-Deck. Weil einfach, klar, Hand angucken und so. Aber das Board ist nicht so krass. Und bei Dino, habe ich ja bereits schon erzählt. Dino hat halt einfach den Vorteil, es kann jedes Feld brechen. Das ist halt einfach genial. Ähm, ja. Ja, und was soll ich sagen? Das sind die Gewinner der Liste. Dann kann man auch gucken, so, ja, welche Decks werden noch so gespielt. Ähm, ja, Altergeist. Man kann Invoked, äh, spielen. Also, Invoked Dogma zum Beispiel. Auch noch gut. Aber auch hier, Dogma. Ja, Windalock. First Turn Link. Okay. Okay. Aber, es ist die Handtrap anfällig. Und Handtraps werden jetzt immer wichtiger. Immer krasser. Und vor allem Tacticals wird jetzt wahrscheinlich auch öfter gespielt. Und dann, ähm, ja, man muss sehen, man muss sehen. Man muss sagen, Winda ist natürlich immer noch eine sehr, sehr starke Karte. Und ist sehr stark First Turn. Aber, ähm, ja, man kann da halt theoretisch durchspielen. Durch einen Full-Negate-Board mit Lock durch Carrier. Da kann man nicht mehr so leicht durchspielen. Ja, Anemancipator halt, wie gesagt, ein Tier 2-Deck. Ähm, ja, Orkos, vielleicht Tier 2, vielleicht Tier 3. Man wird es sehen. Seren Great darf man natürlich auch nicht vergessen. Seren Great immer noch ein Deck, was, äh, nicht zu unterschätzen ist. Und Shadol selber pur ist halt, äh, ja, wie gesagt, ne? Winda. Mh, ich sag mal so. Shadol kann halt alleine zu wenig. Äh, Dogmatiker kann vielleicht noch mit, äh, seinen quasi, ja, Extra-Deck-Mill-Effekten und dann Trigger-Effekten vielleicht noch was gegen die Bots machen. Aber wird eben schwierig. Und, ähm, ja, das sind auch aus meiner Sicht die Top-Decks. Schreibt es mal einfach in die Kommentare, was denkt ihr? Was sind eure Favoriten und fandet ihr die Liste überhaupt gut oder schlecht? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald! Schreibt es doch mal!